Hallo und willkommen zurück zu Preachill. Hallihallo. Guten Tag. Guten Tag. So, lassen wir uns wieder vermöbeln hier. Schön aus Fressbrett. Hufs Fressbrett. Ich nehme jetzt einen Maltester. Mal schauen, was das wird. So, wir probieren es jetzt mal mit zwei Fernkämpfern und schauen mal, was da so, ja, shit. So abgeht. Ajo, da kommt gleich so ein, ja, ja, komm, leck mich am Arsch. Ich hau erstmal ab. Oh, bin down. Oh, da ist jemand down, ne? Ja, du auch. Ja, ich glaube, wir sollen uns erstmal auf den Fernkämpfer konzentrieren. Ich sollte vielleicht auch mal wieder zum Zahnarzt. Na, mal schauen. Offiziell war es die Aufwärmrunde, ne? Achso, stimmt. Also eigentlich sind alle Runden bei uns Aufwärmrunde. Das richtige Display sind erst in acht Wochen. Das richtige Display kommt erst, wenn wir gegen die KI spielen. Alter, jetzt geht der Mongo schon wieder auf mich. Was ist denn eigentlich mit dir verkehrt? Und freut das solle. Hau. Ab jetzt. Da ist so ein bisschen näher, Fick, ne? Aber nur leicht. So, ich hab mal getroffen. Wo ist die Alter hin? Ah, ist die Alter. Bin gleich down. Jawohl, die ist down. Ja, ich hab sie auch gut angefixt. Oh, das war ja saublöd gemacht. Warum macht er denn jetzt? Äh. Wo bist du? Ich bin down. Ah, ist gut. Scheiße. Ja. Scheiße. Die Alter hab ich gut gehilt. Er ist halt ziemlich nervig. Der hübt ja die ganze Zeit noch rum wie so ein Fick, äh, neu geficktes Eischenchen. Nee, ehrlich. Ah ja, es ist doch so. Wie ich auch immer das Wort bedeuten mag. Ja, wie so ein frisch geficktes Eischenchen. Hüpp, 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 hüpp. Ja, frisch, aber nicht neu. Ja, neu. Die freuen sich auch über neu. Ob es frisch oder neu machbar ist. Okay. Soll ich mich noch erst auf den Großen geben? Ich weiß nicht, der, der konntet halt so oft, ne? Da kommt bei mir recht wenig Attacken durch. Oh, aber sie ist ja relativ, sie trifft ja relativ wenig, oder? Hat sich viel getroffen? Ne, ich glaub nicht. Also einmal hat sie mich gestunnt, aber sonst recht wenig. Und dann lass uns doch mal auf den Dicken gehen. Ich glaub, das war Fail-Inform. Ne, das war... Also, ich probier's jetzt mal. Nö, forget it, baby. Ich bin, 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 down. Alter, was ist denn das für ein Kerl jetzt? Die trifft überhaupt nichts und der fistelt uns einfach. Und probier ihn mit eh zu stunnen irgendwie. Ach so, du kannst ja gar nicht stunnen, sorry. Ich hab eben grad auf die Frau geachtet und denk so, stun ihn doch. Ja, sie trifft, sie trifft fast gar nichts. Aber er ist halt brutal. Na, super, jetzt ist er natürlich weggelaufen bei meinem Ultimate. Ja, läuft ganz gut. Schaden. Aber zum Tarnat soll doch trotzdem mal. Die Cs sind grad nicht grad krumm. Äh, grad. Sind grad nicht grad krumm. Das stimmt. Nicht grad grad. Nicht grad grad. Äh, ich nehm nochmal sie. Ah, warte dann. Probier ich nochmal die Nahkämpferin. So, jetzt. Probier doch mal den alten Mann. Ne, dem komm ich nicht klar. Bei mir stehst du noch nicht auf bereit. Ah, jetzt. Jetzt. Okay. Ah gut, lass ich durchgehen. Ausnahmsfeiße. Ausnahmsfeiße. Das ist ein Feißen. Mhm. 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 Und Feißen ist. Auch sonst Feißen. Stell doch nicht so blöd an. Mensch. Ich frag ja nur nach. Der, der irgendwas neu fegt. Neu fegt? Haja. Der will mir was erzählen. Es dauert schon wieder. Es dauert schon wieder. Es dauert schon wieder. Es dauert und dauert. Mhm. 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 Es sieht immer so aus, wie du rausgeflogen bist. Mhm. 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 Das geht nicht leiser. Mhm. Ja, das ist doch aber nicht normal. Mhm. Die ist schon tot. Nur, dass du's weißt. Ah, es sagst du. Ja, du schaust. Und wahrscheinlich noch x-beliebige tausend andere. Na, ich bin mir da nicht so sicher. Doch. Och, jetzt sind schon wieder mein Freund der Sonne. Jupp. Haben die... Die sind noch... Das ist nicht gleich zu freuen. Zumindest die Charaktere. Ich glaub nicht schon die Charaktere. Ja. Der geht mir... Der, der Typ, der geht mir so aufs... Capuch, da bern. Oh, ich bin jetzt schon gleich down. Genau jetzt. Das Problem ist, ich kann da auch nicht viel machen. Das war deine. Nee. Man zieht. Als ob er wusste, dass der Hinlauf... Knapp war's. Knapp war's. Knapp war's. Knapp war's. Knapp war's. Ja, ja. Du schaust. 0% zu 49. Wir haben zumindest mal die Hälfte geschafft. Wow. War fast knapp. Ja. Aber halt auch nur fast. Wir leben nach dem Minimalprinzip. Genau. Wenig machen, viel erhoffen. Ja. Ja. Ist klar, Digga. Drei Schläge und ich bedau. Hm. Also eh nicht verarscht. Ich schieße das Betray. Ha. Achtung. Er gibt jetzt drei Watschen. Batz, Batz. Batz. Boah. Hättest du den letzten doch abgemaltet. Ach, scheiße. Das war der dritte. Sag ich doch. Dann gib dir drei Watschen links, drei Watschen rechts und dann ist Game Over. Ja, ja. Du bist der Pokémon. Bist du ein hübscher Kerl. Auf alle Felder. Solltest dich mal vielleicht bei Elitepater.de anmelden. Ja, wir nehmen nur die, die, die ausgewählte Sorte, oder wie es auch immer heißt. Wir haben gehört halt erst bei NTV. Okay. Ich hab keinen Bock auf Boogie Man. Hau an. Boogie Man, du gehst mir. Zieh mich sterbst auf den Sack. Alter. Ich bin gleich wieder da und nur zu deiner Schmalinformation. Ich treffe mich. Ich schien dir auch wieder so. Geben wir doch einfach mal. Jawohl. Was hab ich? So. Ich hab ihn gestanden. Ich hab ihn gestanden. Aber ich bin... Ich komm nicht weg von ihm. Boah ey. Schon wieder mein Ultimate verkackt. Wie oft denn noch? Ja. Aber da bin ich down. Na. Na. komm in den Klappen. Nee. Da hast du auch hier ein Ultimate abbekommen. Oh, ich hab auch nur easy gehört. Easy. Easy. Das Spiel liegt uns einfach. Brutal. 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 Ich kann vor Freude fast in die Ehe kotzen. Das ist auch was Schönes. Ja. Ich muss es ja nicht sauer machen. Eben. Eben. Lass es einfach liegen. Dritt sich fest. Der Hund frisst schon. Was für ein Hund. Boah. Da nimmt man sich einfach irgendeinen aus dem Tierheim. aber was haben wir denn? Ich hab noch gar nichts. Doch, jetzt. Da haben wir ein Supporter und ein Fernkämpfer. Ja super. 5 Euro, dass wir, nicht gewinnen? Ich bin ja nicht negativ eingestellt oder so, aber... Ach, jetzt rennt er gegen die Wand, der Hund. Jetzt habe ich ihn. Wo ist er denn? Hä? Was war das? Was jetzt? Mächtig fortgesetzt in 3, 2, 1. Ich hab keine Ahnung. Wo seid ihr denn jetzt? Ah, hier. Der ist anscheinend irgendwie AFK oder so. Ich hau mal da schnell drauf. Ja, hau drauf, hau drauf. Ja, ist down. Ist da nochmal? Hä? Ah, scheiße, ist er sich weggeteleportiert. Was geht jetzt schon wieder los hier? Mann, hau doch nicht immer ab, du Knaller. Ah, das hat doch nicht getroffen. So geht doch. Ja, klar. 2 gegen 1 schaffen auch wir. Das schaffen auch wir. Das schafft auch wir. Das gegnerische Team hat aufgegeben. Steht bei mir. Stimmt. Okay. Aber 102. Hä? Und ich konnte nichts auswählen. Ist auch nicht. Hä? Kannst du dich noch bewegen? Hä? Hä? Yes, wir gewonnen. Wir sind so stark. 3-0. Wir sind der brutalste Härte, Alter. Ach Gott, leck mich doch hart. Ach, gut war das einfach. Doch, der eine hat sogar zu Nullpunktzahl. Pah, du Nuut. Du Nuut. Schäm dich. Geh nach Hause. Ah ne, er war AFK. Schade. Ne. Okay. Dafür habe ich die Quest abgeschlossen. War auch schön. Für 3 Siege. Ja, nice. Ähm, ja. War berauschend gerade die Runde. Ja, heftig. Stimmt, jetzt schuldest du mir 5 Euro. Ja, ich bin fast ins Schwitzen gekommen. Dir 5 Euro. Kaufe dir deine 5 Euro. Kaufe dir deine 5 Euro? Kaufe dir deine 5 Euro? Das zählt ja nicht. Das war ja... Das war ja AFK plus Pause plus... Ah, ich mag doch nicht mehr. Ah, aber schon komisch. Ah, können wir irgendwann mal was aussuchen? Ah. Mal sehen, wie lange. Spätestens jetzt kommt der nächste. Ah, AFK. Ah, zwei Nahkämpfer. Ja, toll. Super. Ah, und mein Freund ist auch wieder mit dabei. Ich feil. Ich feil. Der darf nicht fehlen. Ich feil. Boah, jetzt haben sie beide gekontert. Ja, ich bin down. Ja. Das ist gut. Ja, wenn beide auf mich gehen geht's flott. Oh, der hat schon sein Ultimate. Ich auch fast. Ach, ja. Spielspaß und Spannung bei jeder Folge. Geil. Hehehe. 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 Geil. Die Runde beginnt in 2 zu 30. Und was macht ihr? Haltet ihr jetzt doch hin? Nehmenstreifen aus? Weiß ich nicht. Ja, jetzt haben sie es geschafft. Wow. Wir mussten das erst philosophieren. Man ist das ein Problem. Achso. Glaub ich zwar kaum, aber... Ja. Ah, shit. Was ist denn hier los? Keine Ahnung, was du machst. Was wird besiegt? Oh ne, doch nicht. Ne, das war ich nicht. Ein Ultimation verkackt. Warum schon? Äh, nö. Ich sag mal so, hab keine Lust drauf. Alter! Was ist denn bei euch eigentlich? Deine Mutter hat auch Haare zwischen den Zähnen, ehrlich. Was ist denn bei dem verkehrt? Wir hatten sie aber echt. Wir hatten sie gut unten. Ich bin auch eher auf sie gegangen. Aber ich glaube, es wäre cleverer, eher auf ihn zu gehen. Weil er checkt das, glaube ich, mehr wie sie. Oder? Ich hab keine Ahnung. Sie hat mich gerade auch ganz gut gehittet. Okay. Und vielleicht hat sie mich auch einfach nur ignoriert. Das kann auch sein. Das weiß ich nicht. Da müsste ich jetzt liegen. Aber er hat irgendwie so... Ich hab ihn übelst oft von hinten einfach gehittet. Und er schlägt alles weiter irgendwo in der Luft rum. Keine Ahnung, was er da gemacht hat. Schön, dass du Lightning bist. McQueen oder was? Ja. Ich probiere es gerade noch mal. Das ist schon mal so. Was ist denn hier los, Mann? Okay. Das tut mich jetzt ganz gut. Ich bin gleich wieder dauernd. Genau jetzt. kommen sie überhaupt nix jungen ja war wieder äußerst knapp ja irgendwie haben wir zwischendurch 3-0 gewonnen ne das war wahrscheinlich der beste Versuch der war wo es keiner gesehen hat ja sind die geil geil 3-0 weil er so schlecht ist ja ne dann würde ich aber sagen wir sind mittlerweile bei 19 Minuten war es das für diese Folge wenn es euch gefallen hat sehen wir uns beim nächsten Mal bis dahin haut rein und tschau tschau tschau